So, ähm, hier sind wir wieder, in einer 64. Verweigerungsrunde. Äh, da ist wieder der Panda. Jo. Jo. Der kein Panda-Skin hat, wenn ein Panda-Skin humbockt. Ja, äh, okay, und ich laufe in die Mitte und hab gleich meine Holzachst. Gut. Äh, und ich folge dir? Ja, ich bin direkt nach hinten gelaufen, wie immer. Äh, so. Hab schon zwei Kisten eingesammelt, wer sagt, das lohnt sich nicht. Sehr schön. Ähm... Die Mitte lohnt sich mehr, gibst du. Nee, nee. Ich hab aber schon ne Waffe und du nicht. Ich hab schon ein Schwert. Oh. Zeig mal her. Ein Holzschwert, okay. Und, ähm, Feuerzeug. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Wer hat dich angegriffen? Hat sich jemand angegriffen? Du warst das, ne? Nein, Hilfe! Da kommt jemand! Nimm ein Goldschwert, ich beschütze dich! Oh, wieso? Alter. Der hat jetzt egal, wie du bist. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Dein Ernst, Alter, er... Ja, ich bin tot. Wir spielen gleich Trouble, okay? Die zwei Runden lädst du einfach nicht hoch. Oder wenn ich jetzt diese Runde schaffe, dann lädst du die eine hoch. Ja, dann läd ich die hoch. Die erste Runde, Alter, von richtigen Spaß, dies. Ja, okay. Ähm, also es sieht auf jeden Fall für dich gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Ich bin tot, okay, ich darf das. Okay, Action Camp! Yo! Sind das wieder so welche leeren Camps, in denen du warst, als du klein warst? Was? Nein. Ja, mach einfach ein Beep rein, ne? So ein langes Beep, so Beep. Äh, hast du so ein Beep-ton auf deinem Computer? Nein, du kannst es einfach nachmachen, so Beep. Beep. Ja, kann ich machen. So ein richtiger Asch, was dir so Beep. Okay. Ja, mach ich auch immer, Alter. Beep. Ja, klar, Mann. Ich bin vor dir, hau mich, hau mich, hau mich, jetzt schlag mich, ja, aua, aua, voll in den Kopf, aua, 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 aua. Alter, ich glaube, du bist jetzt ein bisschen tot, Alter. Oh, ich bin doch schon im Geist. Ich geh gleich raus, sonst gib dir ne Schelle. Die schreien hier rum, machen irgendwie Geräusche. Ich hab besseres zu tun. Ich mach Videos auf Youtube. Ja, ey. Yo, das ist viel nützlich, Alter. Du kannst anderen Menschen helfen. Ja. Du kannst nicht, wenn du draußen mit deinen Freunden spielst, Alter. Und rumschreust. Ja. Wenn du nicht mit meinen Freunden spielst, dann geh ich in die Schule, das reicht mir, Alter. Okay, ich hab mich grad aus dem Auge verloren. Ja, tippe dich zu mir. Wie viele Leben noch, Alter, oha. Äh, bisschen, bisschen mehr. Ein bisschen, bisschen mehr. Ich hab aber ne gute Rüstung, muss man schon sagen. Ja, also Goldschuhe und so. Ja, Goldschuhe sind schon vor die Nikes, Alter. Und wie immer gibt's das Sexturmpack in der Beschreibung. Yo. Was Panda aber gar nicht magst. Ne, ich mach das gar nicht. Ich mach, ich hab das zwar, aber ich nehm das nur rein, wenn ich baue. Baue. Aber ich, 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 ich baue nicht. Du, du Bauer. Ey. Jetzt hast du aber übertrieben. Guck mal jetzt meine Rüstung, mein Alter. Oh. Eisen. Eisen, das muss schon schwer sein. Ich hab einen SP bekommen. Nein, hab ich nicht. Komm, machen wir ein Selfie. Geister mit, mit dem Geist mit Panda. Komm, geh mal, geh mal nach vorne. Hm. Geh mal bitte nach vorne. Hm. Ja, mach ich halt ein Selfie. Ich fühle dich selber. Ja. Ich hab keine Freunde. Nee, ich bin eine arme Katze. Hashtag arme Katze. Ja geil. Bleib doch mal bitte stehen. Ich hab gar keine Freunde. Niemals machen ein Selfie mit meinem Popo, Alter. Guck mal, wie der Updance. Bleib mal bitte. Bleib mal bitte stehen auf. Nee, das ist jetzt ungünstig. Du schaffst das. Yeah, du hast es geschafft. Und jetzt machen wir ein Sieger-Selfie. Bitte. Nee, schau dir das mal. Und in der Richtung ist jemand. Ich hab Kompass deswegen und ich hab Hacks. Was? Deswegen hab ich auch gerade gewonnen. Ach so, du hast Hacks. Du hast Hacks. Und du benutzt Hacks. Ja. Böde, böde. Das ist schon krass, dieser Typ. Ja. Voll der alte Hacker. Ja, Mann. Ich weine. Ich weine. Ich muss Kinder sterben. Ja, Mann. Ich find das richtig schade, Alter. Und jetzt können wir ein Selfie machen schnell. Selfie. Selfie. Mach doch ein Selfie. Ja. Das kommt dann, wenn die Runde gut wird, kommt das dann ans Ende. Ey, die Runde ist schon gut. Was willst du? Hast du ein Eisenschwert? Nein, Steins. Da war ein Goldschwert. Du hast ein Goldschwert rausgeworfen. Ja, Mann. Ich hab keine Bock auf meine Nikes. Oh, Alter. Gegen dir ist keine Chance. Wenn die dich kriegen, ein bisschen Matsch. Ganz einfach. Das sind Diamantschwerter. Ja, ich hab TNT, Alter. Und ein Feuerzeug. Was willst du? Ja, okay. Ich bin der beste Bogenschützer mit einem Pfeil. Ah, ja. Mit deinen Hexen und so. Ja, und ich kann richtig gut wegrennen. Ja, stimmt. Vor mir. Im echten Leben. Ja. Vor mir halt vor mir. Ja, vor dir am meisten. Zum Moment mehr? Nö. Ich bin aber der beste. We are friends. We are friends. We are friends. Ähm. Wenn ihr noch mehr von Panda sehen wollt. Und dann... Sowieso kann ich nix sagen. Ich bin... Das ist zu witzig. Ja. Ähm. Also. Wenn ihr mehr... Wenn ich mehr mit Panda aufnehmen soll. Äh. Schreibt einfach in die Kommentare. Ich kann sowieso nicht sagen. Alter. Du musst... Äh. Als ob die das zu entscheiden dürfen. Wie bei so großem Youtube. Aber in der ganzen Heimdust. Dann legen wir trotzdem auch auf in die oder nein sagen. Äh. Die dürfen nur entscheiden. Nö. Nö. Ich hab das Youtube Passwort. Welches Youtube Passwort? Das Youtube Passwort? Also. Ich hab das Youtube Passwort. Und ganz Youtube. Aha. Ja. Stimmt. Die ganzen Hacker in der Halle. Ja. Ja Mann. Alter. Stimmt. Da hast du das natürlich auch gehackt. Ja. Und ganz gut vielleicht auch noch. Ja. Ich fisch jetzt ein bisschen. Wenn ich so einen ruhigen Ort finde. Ich glaube das funktioniert gar nicht. Ich glaub das ist ausgestellt. Ist mir egal. Ich tu so. Ja. Ja. Dann mach ich das dann. und mach ich auch einen screenshot. Okay. Okay. Okay Achtung Achtung. Und. Und jetzt hier noch so schön. Angeln. Und jetzt. Ich hab kein Fisch bekommen alter. Er weißt du es in der Türkei richtig schlimm ist. Ich bin ja böse. Ich war letztens in der Türkei. Ja. Abends feils dann kannst du den Knast kommen für zwei Monate. Da kommt jemand mit einer. Ja. Ich hab. Ich hab. TNT. Ja. Ja. Jetzt kann ich mal voll mitgrinnen. Ja. Tschüss. Du hast dir Schuhe ey. Voll OP. Ja ey. Voll der Hacker. Soll ich dich Schaden machen? Soll ich dich Schaden machen? Soll ich dich Schaden machen? Ja. Soll ich dich Schaden machen? Ja. Dass er auch unter Wasserschaden macht. Ja. Das macht Schaden. Oh oh. Es schnell warst. Tschüss ne. Tschüss. Der kann nach hinten gehen. Scheiße. Mein Armee funktioniert nicht unter Wasser. Mann Peter. Ja. Jetzt kommt der Mann her. Ja komm her. Komm her. Ich hab Schwert. Ich hab Wasser. Ich hab dir Axt. Ja na klar ey. Das ist doch nicht die beste Waffe oder? Alle Küsten sind wieder aufgefüllt. Komm her du Spinner. Äh. Äh. Ich mach Feuer unter Wasser. Scheiße. Das geht nicht. Du musst den einfach abziehen und der gibt dich auch. Ja. Was bist du für einer? Du bist du Schläge. Ja das macht ja auch bloß irgendwie ein halbes Herz Schaden oder so. Das macht gar keinen Schaden. Doch 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 doch. Äh. Jemand hat mich glaub ich mal mit nem Angel getötet. Auf jeden Fall hat er sehr viel Schaden gemacht mit der Angel. Ich töte den gerade. Nein. Du. Du Dürfman. Du Dürfman ins Herz. Ah. Ja komm her. Ey du wolltest jetzt kämpfen. Jetzt kommst du auch her. Jetzt kommst du auch her. Wow. Wie viele Leben hast du noch? Ich hab richtig viel Leben alter. Ja aber der nicht mehr oder so. Ne der hat richtig wenig wer hab ich. Ah. Scheiße. Okay. Aber ich lad trotzdem die Folge hoch. Ja du warst nicht. Richtig gut. Ja du war gut. Außer dass ich mich mit einem angelegt hab. Ja und dann sag ich mal. Tschüss. Warte. Merkt euch noch was. Man kann mit ne Angel sterben. Sagt. Ihr sollt einfach herstellt. Und in die Kommentare. Ja ich hab kein Twitter. Ich hab von Geld los. Nein. Ihr sollt einfach nur in die Kommentare herstellt. Und schreiben. Nein. Ja da. Das war ja was du machst. Ja. Du musst in mein Video gucken. Aber erst wenn du geliked hast. Äh ne. Schreib deine Videos nicht alter. Ja selber schuld. Ich guck mir die nur an. Und hab dich ja modiert. Wenn ich deine Videos so sehr gucke. Ja so sehr. Boah es regnet gerade so draußen. Irgendwelche behinderten Kinder. Leute. Die freuen sich. Das ist richtig. Und machen so. Oh jeez. Dancen grad so ab. Alter. Ich guck aus dem Fenster. Die dancen einfach. Okay. Ah das Deathmatch. Ja das Deathmatch. Gucken wir noch an. Nö. Ich hab schon. Das geläftet alter. Weil ich jetzt Disconnecto mein Schein. Der mit dem Verzauberen Diamantschwert zockt alle ab gerade. Ja ich glaube. Und das ist halt. Es ist halt. Dir Mannschwert sind. Es ist halt ziemlich krass. Wenn man so einen Charme hat. Also ähm. Dann muss man auch richtig viel Glück haben. Und so. Und äh. Justin Creeper 6 hat gewonnen. Äh. Nur dass ihr es wisst. Ja. Und dann hab ich mal tschüss und schneide alles ganze. Planes hoch. Und wir sehen uns dann auf Youtube. Ja ey. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Und wir sehen uns dann. Auf Youtube. Ja ey. Ja. Und ähm. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Oh jetzt hab ich dich ausgefallen. Scheiße. Jetzt bist du weg. 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 Tschüss. Ja tschüss. Ah ich komm auch mit. Ah. Selbstmord. Bah. Ähm. Ähm. Ich bin einfach dummer tot. Aber hier meine Leiche liegt einfach nur was. Ja. Ja. Okay tschüss. Ja. Okay tschüss. Sag's auch noch tschüss. Ähm. Vielleicht. Bitte. Okay tschüss. Und mein Sackenbrus ist tschüss. 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 Tschüss.